Strategie, Prozesse, Mitarbeiterführung, Kennzahlen, Risikomanagement und der gesamte restliche Kram wie Digitalisierung und so weiter. Da kann man schon mal den Überblick verlieren, wie das alles miteinander zusammenhängt. Wie diese Themen und Bausteine ineinander greifen und auf was man achten sollte, um den maximalen Gewinn daraus zu ziehen, also den maximalen Nutzen zu bekommen, das ist Thema in diesem Video. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Ich habe mir gedacht, jetzt ist es mal an der Zeit, ein Schaubild zu entwerfen, wie die Themen Strategie, Prozesse, Mitarbeiter, Risiken, Digitalisierung und Co. wirklich zusammenhängen. Und damit es nicht nur ein abstraktes Schaubild bleibt, möchte ich das immer an einem Beispiel aus meiner Familie erläutern. Mit dem Beispiel aus dem privaten Bereich wird es dann auch deutlich klarer, wie die Themen in einem Unternehmenskontext zu verstehen sind. Starten wir also mal mit dem Beispiel. Letztes Jahr haben wir ein Familienprojekt gestartet. Meine Familie, das ist also meine Frau, meine ältere Tochter, mein jüngerer Sohn und ich selbst. Das Projekt war, wir wollen als Familie zusammen von Garmisch-Partenkirchen aus auf die Zugspitze wandern. Zu Fuß in zwei Tagen mit einer Übernachtung auf einer Hütte. Das war also unser Endgegner, der höchste Berg Deutschlands mit den Kindern gemeinsam erwandern. Bam! Deutlich über 2000 Höhenmeter Differenz und deutlich zweistellige Kilometeranzahl in der Streckenlänge ohne Seil- oder Zahnradbahn. Wenn wir das jetzt übertragen und damit starten wir jetzt mit dem Schaubild, fangen wir mal mit dem Thema Strategie an. Die Strategie klärt also letztendlich oder beantwortet die Frage, wo wollen wir hin und warum wollen wir eigentlich dorthin? Und das war in unserem Kontext eben, wir wollten es als Familienprojekt wirklich gemeinsam machen. Wir wollten diesen Punkt am Horizont schaffen, gemeinsam auf die Zugspitze zu wandern. Im Unternehmenskontext ist es dann die Mission zu erklären, warum wollen wir das machen. Also Familienkontext war als Familie gemeinsam das schaffen. Und Unternehmenskontext heißt auch dann wirklich in der Mission, zum Beispiel im Mission-Statement, warum wollen wir etwas tun, wie wird sich die Gesellschaft für anderen verändern, wenn wir einen guten Job machen. Also die Werkzeuge im Unternehmenskontext, um die Strategie zu formulieren, sind also dann die Mission und die Vision zum Beispiel. Erweitern wir jetzt dieses Schaubild, da kommen noch zwei weitere große Themenkomplexe hinzu, nämlich einmal Prozesse und einmal die Mitarbeiter. Die sind ja auf jeden Fall immer im Unternehmenskontext mit dabei. Wenn wir jetzt schauen, wie hängt das zusammen, dann muss die Strategie den Mitarbeitern eigentlich erklärt werden und sie muss vor allem auch von den Mitarbeitern verstanden werden. Aber wir tragen auf unser privates Beispiel, die Mitarbeiter waren quasi die Familienmitglieder. Wir mussten uns also zusammensetzen und sagen, warum, um Gottes Namen, wollen wir denn wirklich gemeinsam als Familie auf die Zugspitze laufen. Und das können Sie sich vorstellen, wie die ersten Reaktionen waren, zum Beispiel von meiner Tochter. Oder, äh, wandern ist blöd, ich mag dich nicht, das ist so weit, das ist so anstrengend. Und trotzdem mussten wir doch an jedem Einzelnen davon überzeugen, dass das mit Sicherheit ein tolles Projekt ist, dass wir es gemeinsam schaffen, auf die Zugspitze zu wandern. Bei den Mitarbeitern ist auch immer die Frage, wer kann was, wer kann welche Aufgaben übernehmen, wer hilft mir dabei oder auch, hey, ich habe eine Idee, das könnte man nochmal ausprobieren, vielleicht geht es ja so auch irgendwie leichter. Letztendlich ist es so, dass die Mitarbeiter ja diesen Weg gehen, also sprich, die Prozesse ausführen. Und der Prozess war dann wirklich, wir suchen uns eine Route raus und wir gehen vor allem diesen Weg, so steinig das er auch sein mag. Das hängt also so entsprechend mit zusammen. Die Prozesse und die Strategie, ganz klar die Prozesse folgen der Strategie. Also wenn wir uns entscheiden, wir wollen auf die Zugspitze wandern, brauchen wir ja einen anderen Prozess, als wenn wir zum Beispiel entschieden hätten, wir wollen am Meer irgendeine Segelregatter gewinnen. Das sind andere Prozesse dahinter. Also welchen Weg gehen wir denn jetzt eigentlich als Unternehmen? Und diesen Jetzt, diesen Ist-Zustand zu verstehen, das ist das Thema Prozesse und Prozessmanagement. Also das ist hier der Kontext letztendlich, wie Strategie, Mitarbeiter und Prozesse entsprechend zusammenpassen. Ergänzen wir es um ein weiteres Themenfeld, dann sind wir jetzt bei dem Punkt Kennzahlen. Denn ohne Kennzahlen haben wir ja auch überhaupt keine Orientierung. Also da gibt es eine Wechselwirkung zwischen den Kennzahlen und der Strategie. Übertragen auf unser Zugspitzbeispiel was, gehen wir zum Beispiel schnell genug? Werden wir rechtzeitig vor der Abenddämmerung auf der Hütte sein? Oder sind wir vielleicht zu langsam, dass wir entsprechend was anpassen müssen? Gehen wir in die richtige Richtung? Das sind alles Kennzahlen und Messgrößen, die es entsprechend braucht, um sich zu orientieren, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und ohne Messung gibt es eben auch keine Steuerung. Und ohne Kennzahlen gibt es eben auch keine Steuerung. Wir können nicht nachjustieren. Also wenn wir festgestellt hätten, dass wir zu langsam gehen, müssten wir zum Beispiel bestimmte kleine Abstecher, hier mal eine Quelle anschauen oder dort mal ein Baumdenkmal zu besuchen und ähnliche Sachen, hätte man dann eben abkürzen müssen oder weglassen müssen, damit wir unser Ziel rechtzeitig eben vor Einbruch der Nacht auf der Hütte zu sein auch wirklich erreichen können. Also Prozesse brauchen auf jeden Fall Kennzahlen, die eben zeigen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, ob unser jetziger Ist-Prozess wirklich das bringt und so leistungsfähig ist, wie er eben auch entsprechend sein soll. Sonst funktioniert es nicht wirklich gut, dass wir eben orientierungslos immer herhören und möglicherweise unser Ziel eben nicht erreichen oder eben tatsächlich auch in gefällige Situationen kommen. Ergänzen wir das weiter jetzt um ein weiteres Themenkomplex. Dann sind wir bei dem Stichwort Optimierung. Also die Mitarbeiter optimieren letztendlich die Prozesse, denn die haben oft mal eine Idee, wir können das so oder so machen. Gibt es vielleicht einen leichteren Weg als den steinigen Weg auf die Zugspitze? Welchen Weg gehen wir eigentlich genau? Wollen wir den Klettersteig gehen? Der ist kürzer, aber dafür steil und anstrengender. Oder gehen wir eher einen längeren Weg? Dafür ist er vielleicht weniger gefährlich. Also das sind so diese Optimierungsthemen, die da drin sind. Und die Kennzahlen stoßen auch entsprechend der Optimierung an. Wenn wir feststellen, dass die Kennzahlen zum Beispiel nicht dem Soll entsprechen, weil wir zum Beispiel zu langsam gehen, dann müssen wir uns überlegen, wie könnten wir denn schneller gehen? Kann man zum Beispiel die Gehgeschwindigkeit erhöhen, indem man mit so Walkingstecken zum Beispiel läuft? Damit kann man deutlich leichter und aufrechter gehen. Wie kann man das am besten machen? Das ist es im privaten Beispiel so gewesen, aber auch im Unternehmungskontext heißt, wie kann uns denn eigentlich die ganze Arbeit viel, viel leichter von der Hand gehen? Ergänzen wir es weiter nochmal um das große Thema Digitalisierung. Die Digitalisierung ist oft ein, ich sage mal, Brandbeschleuniger. Bestimmte Dinge werden damit einfach sichtbarer und eben auch deutlich mehr nach außen gebracht. Also zum Beispiel gibt es externe Trends. Ich sage es mal, es ist KI, Künstliche Intelligenz ist ein großer Trend da draußen, der wird großen Einfluss haben auf die Optimierung und auf die Prozesse entsprechend. Es gibt aber auch interne Treiber, zum Beispiel, dass man bestimmte Dinge, die man vorher analog gemacht hat, es eben digital macht. In unserem Wanderbeispiel hat man zum Beispiel früher immer nur mit ganz normalen haptischen Landkarten gearbeitet, mit Wanderkarten. Heutzutage gibt es GPS-Tracker, dass man eben zum Beispiel sieht, auf seinem Telefon sind wir dann noch auf dem richtigen Weg, hätten wir irgendwo anders abbiegen müssen und Ähnliches. Das ist nichts anderes wie eine Digitalisierung von den früheren klassischen Wanderkarten. Der letzte Punkt, den ich noch hier mit reinspielt, ist das Thema Risiken und Risikomanagement. Denn die Strategie beeinflusst direkt die Risiken. Also was kann denn passieren, was kann denn schief gehen? Und wenn ich mit der Familie zwei Tage lang auf die Zugspitze wandere, muss ich entsprechende Vorsorge treffen. Wir brauchen zum Beispiel Blasenpflaster, man braucht vielleicht ein Notfallpaket, dass man noch irgendwo was essen kann, man braucht vielleicht auch entsprechend andere Wechselkleidung, falls ein Wetterumschwung kommt oder vielleicht auch ein Schlechtwettereinbruch oder Ähnliches. Für solche Dinge muss man eben entsprechend vorsorgen. Und dieses Risikomanagement stößt seinerzeit aber auch wieder die Optimierung entsprechend mit an. Denken Sie zum Beispiel daran an die drei generischen Prozessrisiken, die ich bereits in einem Video mit vorgestellt habe. Also läuft denn mein Prozess tatsächlich effizient? Ist er denn gesteuert? Und haben denn wir alles getan, damit auch jemand sofort einspringen könnte? Also ist das Prozesswissen singulär oder eben nicht? Dieses Risikomanagement beeinflusst direkte Optimierung und die Optimierung wirkt dann eben wieder auf die entsprechenden Prozesse. Weil diese Themen so eng miteinander in Verbindung stehen, habe ich hier auf meinem Kanal entsprechende Videos und Playlisten gemacht. Also zu diesen Kernthemen finden Sie überall vertiefende Punkte zu den einzelnen Aspekten eben ein. Und da habe ich auch ganz, ganz viele weitere Beispiele. Wir haben übrigens unseren Endgegner wirklich bezwungen. Wir waren als Familie auf der Zugspitze. Und es war ein unfassbar großartiges Gipfelerlebnis, zusammen am Gipfelkreuz zu stehen. Und davon sprechen meine Kinder noch heute. Wir haben es also wirklich gemeinsam geschafft. Und jetzt denken Sie mal an Ihr Unternehmen. Wäre es nicht irgendwie ziemlich cool, die Durchbruchsziele zu erreichen und Ihre Vision, Ihre unternehmerischen Versionen ein ganzes Stück näher zu kommen. Und genau dafür, um das zu schaffen, brauchen Sie eben diese großen Bausteine und diese großen Themen. Lassen Sie uns darüber sprechen. Sie finden mein Kontaktformular in der Videobeschreibung. Und damit können Sie relativ einfach auch mal individuelle Fragen stellen. Wie fanden Sie jetzt dieses Schaubild? Sind die Zusammenhänge von diesen großen Themenkomplexen damit vielleicht etwas verständlicher geworden? Schreiben Sie mir gerne Ihre Meinung dazu in die Kommentare. Ich freue mich immer auf eine spannende Diskussion. Und vielleicht gibt es ja auch Anregungen oder Fragen für weitere Videos. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.